Applaus Ich bedanke mich vielmals, er wurde auch erwähnt, im YouTube sieht man es, von Bernhard Mandl, altötig, ohne Robin geht es nicht, ne? Applaus Wenn die Honigker zerbrennt und ich rieche den Advent, öffne ich das erste Tor, hol den Stern aufs Stroh hervor, steche Butterbrätzchen aus, freue mich auf den Nikolaus, such mein graues Kuscheltier, packe es ein in Glanzpapier, Finde, wir atmen schrecklich schwer, staunens Weihnachtsmichter werden. Ich sei der Schnee, still und star unter See, Weihnachtig grenzelt der Wald, freue mich, es ist im Komplett. Weihnachten heißt für mich, mal richtig sich ausschlafen und saufen, ergänzte der Ochs, mal richtig ein Saufen und dann Pengeln. Aber das schlau, denn der Esel hat ihm einen gewaltigen Tritt versetzt, du Ochse, denkst denn nicht an das Kind. Da sägte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind. Ach so, Schleswig, genau, das ist die Ober- und hier geht es die Lausitzer-Reise. Und das sind die drei schlesischen Kreise in Sachsen, Niski, Görlitz und Weißwasser. Mitglieder der oberschlesischen Landsmannschaft Kreisgruppe Schweinfurt, lieber Herr Madenka, lieber Herr Labai, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Gäste. Ich habe auch Gäste gesehen, die ich erst gestern auch in Würzburg gemeinsam erleben durfte. Schön, dass wir uns wieder mal sehen. Freue, freue dich, o Christen heißt. Niklaus ist ein Wunderbar, den man nicht getrunken kann. Lustig, lustig, da, 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 da. Beide ist Nikolaus ab und da, beide ist Nikolaus ab und da.